Hey was geht? Wenn du lila Zaun fählst, verschwinde lieber. Mal schauen was wir damit meinen. Ich hab da keine Ahnung. Aber lass uns mal durchlegen. Los gehts. In Arizona solltest du aufpassen, dass dein Esel nach 19 Uhr nicht mehr in deiner Badewanne schläft. Klar, das hatte ja jeder mal vor, oder? Halt, stopp. Das war mal ein bisschen lauter. Ich hab selbst im Video auch bemerkt. ...124 aufgestellt, nachdem es bei einer Flut zu einem unschönen Zwischenfall kam. Ein Händler gestattete seinem Esel in der Badewanne zu schlafen. Damals waren Wannen noch nicht fest verbaut. Als in einer schicksalhaften Nacht die Stadt überflutet wurde, wurde der arme Esel in seiner Wanne davon gespült. Er schwamm durch die Stadt und endete in einem anderthalb Kilometer entfernten Tal. Der hilflose Esel in seiner Badewanne musste von Einsatzkräften gerettet werden. Da das ein riesiger Aufwand war, wurde umgehend ein neues Dekret erlassen, um zu verändern, dass Esel in Badewanne schlafen. Aber das liegt... In Samoa kann ein... Aber die Bahn hat doch die Esel gerettet, oder? So ist das auch besser, oder? Ich weiß nicht, wo das Problem ist. Ehemann von seiner Partnerin angezeigt werden, wenn er ihren Geburtstag vergisst. Erst Täter erhalten eine formale Ermahnung. Alter, vergiss Geburtstag und kommst ins Gefängnis. FBI open up! Es wird erwartet, dass ausreichend Vorkehrungen getroffen werden, um das Ereignis im folgenden Jahr nicht wieder zu vergessen. Vergisst der Ehemann ein zweites Mal den Geburtstag seiner Frau, muss er eine Reihe ernster Gespräche über sich ergehen lassen. In Abhängigkeit der Verteidigung seiner Vergesslichkeit können sogar schwerwiegende Konsequenzen drohen. Also lass den mal nach Hause kommen. Zurück nach Arizona. Hier brauchst du eine spezielle Genehmigung, um einen Saguaren-Kaktus von deinem Grund und Boden zu entfernen. Ah, das vergibt sehr... Ohne Erlaubnis kann dich das schnell für drei Jahre in der Gitter bringen. Diese Kakteen... Ja, die wachsen sehr langsam, deshalb... ...werden bis zu 200 Jahre alt. Die Schutzmaßnahmen sind zu streng, weil sie erst ab einem Alter von 35 Jahren Samen produzieren. Artisch. Du besuchst einen wunderschönen Strand in Italien, genauer gesagt in der Küstenstadt Eraclea. Natürlich hast du ein Eimerchen dabei, um Sandbogen zu bauen. Sie gelten hier aber als gefährliche Stolperfallen. An diesem Strand ist es daher besser, du lässt dein Eimerchen zu Hause. Andernfalls erwartet dich eine Strafe von bis zu 250 Euro. Tschüssi. Wenn du in den Wäldern der USA eine einsame Straße entlang fährst oder wandern gehst, begegnen dir womöglich in strahlendem Wieler... ...heilenden Zäune, Zaunpfähle... ...heilende Zäune, Zaunpfähle... Das ist einfach nicht, was ich damit meine. Fehl oder gab... Vielleicht ist das Grundstückabmessung oder so. Bäume. In mehreren Staaten warnen solche Markierungen davor, Privatbesitz zu betreten. Ah, dachte ich mir. Man verwendet die Farbe statt Schilder, weil sie einfach billiger ist und länger hält. Im letzten Jahrzehnt wurde diese Praktik in 15 Staaten eingeführt und wird sich sicher weiter ausbreiten. Halte also die Augen nach solchen Markierungen offen. Eines Tages stellten die Behörden von Singapur fest, dass jährlich 150.000 Dollar für die Entfernung von Kaugummis ausgegeben werden. Ah, das wissen wir schon. Und zwar nicht nur... ...die verboten jetzt. ...die Stühlen und Tischen... Was jetzt ist schon... Ich glaube jetzt 20 Jahre alt ist, ne? Oder länger. ...sondern auch an kritischen Stellen an U-Bahn-Waggons, wodurch Sensoren gestört und Verspätungen verursacht werden. Daraufhin wurden Kaugummis 1902... Ha! Dann würden wir in Deutschland Kaugummis 1902... ...und sieben noch künftig. Okay. Ein weiteres Gesetz in Singapur befasst sich mit der Sauberkeit öffentlicher Toiletten. Die Behörden stellten fest, dass es im ganzen Land zu viele arg verschmutzte Toiletten gab. Das schadet natürlich dem Ruf, eines der saubersten Länder der Welt zu sein. Daher wurde eine Überwachung durch Toilettenagenten eingeführt. Sie kontrollieren Toiletten und achten darauf, dass sie stets sauber sind. Geschäfte, die die hohen... Hier ist nur noch 7. Ich kontrolliere mal über eine Toilette. ...und Hygienestadt... Du bist auf der Belegtenstraße in Thailand unterwegs und dir fällt ein Geldschein runter. Nicht drauf treten! Hier ist der König drauf und darf nicht drauf treten. Und du verfolgst sie eilig. Du hast sie beinahe, aber beweg jetzt bloß nicht deinen Fuß, um sie zu sichern. Es gilt als große Beleidigung auf einen Geldschein zu treten, da Füße in Thailand als ordinär und schmutzig angesehen werden. Auf das Teilgeld darf man nicht treten, da die Scheineabbildungen wichtiger Persönlichkeiten tragen. Egal wie hoch der Wert der Banknote ist, trittst du drauf, kannst du mal eben eingesperrt werden. Du rast mit deinem Auto über die deutsche Autobahn. Das ist der einzige Ort auf der ganzen Welt, wo du fahren darfst, so schnell du möchtest. Vor lauter Vergnügen verlierst du aber die Tankanzeige aus den Augen und Rolls aus. Woanders kein Problem, aber in Deutschland gilt das als vermeidbares Risiko und zieht eine Strafe von 80 Euro nach sich, weil du nicht in weiser Voraussicht getankt hast, als du die Gelegenheit dazu hattest. Außerdem darf man auf der Autobahn nicht parken, rückwärts fahren oder umdrehen. In den 40ern verkauften Händler in Connecticut, USA Essiggogen. Nur waren sie nicht wirklich genießbar und schon länger... Unglaublich aus Deutschland dabei ist. Echt? ...es überlagert. Sie versuchten es trotzdem und wurden natürlich erwischt. Daraufhin wurde ein Gesetz erlassen, um dieses Problem künftig zu vermeiden. Seither dürfen nur noch Bogen verkauft werden wie Hüpfen. Zur damaligen Zeit konnte man auf diese Weise am besten prüfen, ob sie essbar waren. Aufgrund heutiger Konservierungsmethoden geriet das Gesetz in Vergessenheit, besteht aber immer noch. Es ist spät am Abend in New York und du willst nur schnell in den nächsten Laden flitzen. Wozu Schuhe anziehen, ist doch nur ein kurzer Weg. Doch als du gerade die Straße überqueren willst, wirst du von der Polizei angehalten. Du bist verwirrt. Was hast du denn verbrochen? Tja, du wirst verhaftet, weil du nach 22 Uhr mit Latschen draußen bist. Man glaubt, dass stinkende Schlappen, Ratten und anderes Ungeziefer anlocken würden. Im Schlafanzug rausgehen ist wiederum in Ordnung. Du fährst eine staubige Straße in Westaustralien entlang. In deinem Auto verwirkst du etwas Verdächtiges. Du fährst vorsichtig und hoffst keine Aufmerksamkeit zu erregen. Doch da ist es schon geschehen. Die Behörde für Kartoffelhandel zieht dich raus. Sie durchsuchen dein Auto und entdecken mehr als 50 Kilo Kartoffeln im Kofferraum. Dieses Gesetz wurde 1946 erlassen, um den Handel deren Zeiten strenger Rationierung zu kontrollieren. Das Gesetz wurde erst 2016 außer Kraft gesetzt. Solltest du einen Ausflug ins britische Parlamentsgebäude planen, lass deine Rüstung lieber zu Hause. Oh, ich hatte es schon geschehen. Im Jahr 1313 wurde beschlossen, dass aus Sicherheitsgründen niemand in voller Rüstung das Gebäude betreten darf. Es brauchte ein paar Jahre, bis das Gesetz Wirkung zeigte. Nachdem der Earl of Lancaster die Regel ignorierte und verurteilt wurde, war seit 1319 keine Rüstung mehr im Parlament gesichtet. Das Gesetz hat auch heute noch Gültigkeit. Griechenland hat viele faszinierende historische Monumente, die schon lange die Zeiten überdauerten. Die größte Bedrohung für sie ist der Tourismus. Daher ist es per Gesetz verboten, an solchen Kulturstätten High Heats zu tragen. Gibt's Sinn. Gibt's Sinn. Du lässt im Staat Victoria in Australien einen Drachensteigen. Eine harmlose Tätigkeit, wie ich finde. Aber Vorsicht! Ein Gesetz von 1966 verbietet das Drachensteigen, sofern sich jemand in der Nähe dadurch gestört fühlt. Und die fällige Strafe ist nicht ohne. Da Australien aber verdammt groß ist, sollte es doch möglich sein, eine Stelle zum Drachensteigen zu finden, wo sonst niemand anzutreffen ist. In Oklahoma wird sehr viel Wert auf die gute Behandlung von Hunden gelegt. Dort ist es sogar verboten, einem Hund Krimassen zu schneiden. Wirst du erwischt, drohen ernste Strafen. Mag seltsam klingen, könnte aber ruhig zu einer universellen Regel erhoben werden. Es sei denn, der Hund schneidet dir ein Krimassen. Okay. Das war's. Ich bedanke mich schon, dass wir zusehen. Wir sehen uns morgen wieder. Tschüss. Mein, mein, mein. Was soll das jetzt sein? Nee, deine. Ich bedanke mich schon, wenn alles Gleischen steht.